Und am neunsten zu diesem Video und alles Gute VfB, 129 Jahre alt geworden heute, darum soll es auch gehen in diesem Video ein kurzer Blick auf die 119 Jahre VfB, Statistiken, Rekorde, dies, das, aber natürlich vor allem auch dann der Blick auf mich. Ich wollte es ein bisschen nutzen, so ein bisschen, habe sehr, sehr viel Eigenrecherche betrieben, sage ich jetzt mal, mein Weg mit dem VfB quasi, vor allem die Stadienbesuche von mir, ich habe lange schon Dokument geführt, also vor allem bis zur Saison 16, 17, nach der E-Dauerkarte, aber davor auch Dokument geführt, bei welchen Spielen ich war und so weiter und habe das hier alles mal aufbereitet. Statistiken und Rekorde, Geburtstag oder Gründungsdatum heute, 9. September 1893 ist er bekannt, Bundesliga-Gründungsmitglied in der Saison 1963, 1964, fünfmal deutscher Meister, 49, 50, 51, 52, 83, 84, 91, 92 und natürlich am aktuellsten 2006, 2007, dreimal DFB-Pokalsieger, 53, 54, 57, 58, dann lange, lange Wartezeit, 96, 97, dazu noch dreimal im Finale, zweimal Zweitligameister, 76 und 77 und eben auch recht aktuell noch 2016, 2017, zehnmal Teilnahme am UEFA Cup, damals auch 88, sorry, und 89 in der Saison, Hin- und Rückspiel im Finale gewesen, gegen Neapel leider verloren, 2 zu 1 auswärts verloren, 2 zu 3, da gab es auch hin und Rückspiel im Finale, gegen eben eine Mannschaft mit unter anderem Diego Armando Maradona, einmal der Pokalsieger im Finale gewesen, 97, 98, 1 zu 0 verloren, dagegen Chelsea, wir waren viermal in der Champions League, zweimal kam es bis ins Achtelfinale, aktuell ist es da 0-9, 0-10, das Ausscheiden gegen den FC Barcelona, zweimal Europa League, also Nachfolger vom UEFA Cup, meiste VfB-Spiele, Hermann Ohlicher, 459 Stück, meiste Tore, Karl Allgöwer, 167 und in der ewigen Bundesliga-Tabelle liegen wir auf Platz 4, das sind es mittlerweile 1.871 Spiele, 759 Siege, 459 Unentschieden und 653 Niederlagen und damit 2.736 Punkte gesammelt. Erstes Heimspiel und damit kommen wir zu mir quasi, zu meiner Reise mit dem VfB, die mittlerweile seit über 16 Jahren läuft, also ich kam richtig in Fußball rein, mit der WM 2006 vor allem, natürlich auch selber auch gekickt, dann über Familie und so weiter, eh örtlich sowieso bedingt dann schon immer VfB-Fan gewesen. Das erste Spiel, von dem ich eine Karte habe, das erste Heimspiel, in dem ich war, auch mit 6 Jahren, war Bochum. 9.12.2006, ein 1-0-Sieg, entscheidender Treffer von Marco Streller in der 87. Minute, am Ende ja, ne, Meisterschaft gewesen. Also direkt zum Anfang war meine erfolgreichste VfB-Saison mit der Meisterschaft, das wurde bisher nicht getoppt. Richtige Erinnerung habe ich aber vor allem an mein zweites Spiel, zweites Heimspiel, damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Am 21.04.2007 war das Spiel dann, 2-0-Heimsieg gegen die Bayern, Doppelpack Kakao Kahn, damals mit der Kappe auf dem Kopf, für wunderschönes Wetter, das weiß ich noch ganz genau. Einzige beiden Spiele in dieser Saison und wie gesagt, die erste war direkt meine erfolgreichste. Erstes Auswärtsspiel, das war dann mit 12, das erste Auswärtsspiel in München bei den Bayern, 2.09.2012, zweiter Spieltag, 12-13 in der Saison, Führung durch Harnik, aber am Ende stand es halt trotzdem 6-1 für die Bayern. In der Saison war ich noch ein zweites Mal, das war dann ein Auswärtssieg in Frankfurt, 1-2 im März 2013. Bundesliga-Heimspiel und da ging jetzt die Rechnerei los, ich habe es aber glaube ich hoffentlich recht akkurat hinbekommen, 130 Bundesliga-Heimspiele habe ich im Stadion live erlebt beim VfB, 67 Siege, 30 Unschieden, 300 Niederlagen, also noch positiv, weil Anfangszeit vor allem bis zu 10, 11, 12 vielleicht war es halt noch erfolgreich, bis in die Saisons rein. Erste Heimniederlage ist auch interessant, hatte ich erst in meinem 15. Heimspiel, es ist heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass man beim VfB mal 15 Heimspiele abwarten muss, um zu verlieren, aber erst nach 3 Saisons war es meine erste Heimplatte, die ich gesehen habe. 06, 07, 07, 08 und 08, 09, keine Heimniederlage gesehen, dann das erste Spiel, wo ich 09, 010 im Stadion war, war direkt ein 0-2 gegen Köln und diese Saison ist nun die 17., in die ich als VfB-Fan und Stadiongänger reingehe. Bundesliga-Auswärtsspiele, das sind es mittlerweile 24 Stück, 6 Siege, 4 Unschieden, 14 Niederlagen, ganz, ganz böse, also Bundesliga und Zweite Liga war ja auch ein bisschen was dabei, also natürlich auch vorhin Zweite Liga auch mit einbegriffen. Einmal war ich in Freiburg, in Schalke, in Dortmund, Nürnberg, Regensburg, Sandhausen, Fürth, Mainz, Hertha, zweimal war ich in Hoffenheim und Köln, dreimal in Augsburg, morgen dann auch das dritte Mal in München und viermal war ich in Frankfurt. DFB-Pokal, das sind 6 Spiele, 1 Sieg, 5 Niederlagen, lief nicht so ganz, einer von den Niederlagen war halt kein Heimspiel, sondern 50-50-Spiel, weil es war Pokalfinale, 2013 war ich dabei, 2 zu 3 gegen die Bayern verloren, am 1. Juni 2013 zweimal Gomez, dann später noch der Doppelpakt von Harnik, aber später nicht mehr gedreht bekommen. Stuttgart International, habe ich zwei Spiele miterlebt und das höchste der Gefühle, quasi das höchste Niveau, die weiteste Runde, die ich hatte, war Europa League, 16. Finale 2009. Rückspielerlage 1 zu 2 gegen Südstein Petersburg, das hinschwinge ich glaube ich auch so aus, dann bist du ausgeschieden, am 26.02.2009 war das und das letzte Mal, dass der VfB international aufgetreten ist, war ich auch dabei, das war das Rückspiel, das Heimspiel in der Europa League Qualifikation 2013 gegen HNK Rieka, wo es am Ende ein 2 zu 2, dadurch bist du ausgeschieden, weil das Hinspiel ein 2 zu 1 für Rieka war. Meine 16 Jahre VfB in seinem Stadion natürlich, alle VfB-Spiele im Stadion, zusammengerechnet sind es 167 Stück, 74 Siege, 36 Unentschieden, 57 Niederlagen und nur Bundesliga- und Zweite-Liga-Spiele zusammen sind 154 Spiele, 73 Siege, also das kam durch die Extraspiele, also Pokal und so weiter, Testspiele, kam nur ein Sieg dazu, das war das Pokal-Halbfinale 2013 gegen Freiburg, wodurch wir ins Finale gekommen sind, gegen die Bayern, wo ich auch im Stadion war, 34 Unentschieden dazu noch und 47 Niederlagen. Besondere Spiele, hier würde ich gerne die Tickets zeigen jeweils, ich habe den ganzen Scheiß ja aufgehoben, auch als Meister aufgehoben, die liegen nur alle leider in Ansbach oder sind irgendwo aufgehangen und sowas in Ansbach, ich bin ja gerade zu Hause, habe ich hier leider nicht dabei, schlechtes Timing, trotzdem habe ich meine ganzen Spiele durchgeschaut, die ich hier in meinem Dokument drin habe, natürlich ist da noch viel mehr wahrscheinlich, wenn ich länger drüber nachdenke, länger in Spiele reingehe, aber so auf den ersten Blick, was mir so vor allem aufgefallen ist an besonderen Spielen, gehen wir hier mal durch. Zuerst auch hier die Heimspiele, da wäre der Heimsieg gegen die Bayern, 06 und 07, ist ja sowieso, ist ja klar, was richtig Besonderes, Eröffnungsspiel als Meister, war auch cool, 07 und 08 gegen Schalke war das, zweimal Hamburg haben wir hier in der Auflistung noch dabei, da habe ich einmal den wahnsinnigen, den wahnsinnig lauten Jubel vor allem, der hat sich extrem eingeprägt bei mir irgendwie, Last-Minute-Treffer durch Gomez 2009, 1-0 gegen die Hamburger, das hat sich komplett eingeprägt, das werde ich nie vergessen, ich weiß auch, das Spiel hatte eigentlich, glaube ich, von der Bedeutung war es gar nicht so krass, aber dieser Jubel werde ich irgendwie immer im Kopf behalten, dazu natürlich 14-15, überlebenswichtiger Sieg, die Woche darauf hast du ja in Paderborn den Klassenhalt gesichert, auch cool, Stadioneröffnung war ich dabei, von der Mercedes-Benz Arena, als es umgebaut wurde, 3-0 Heimsieg gegen Schalke, das war 2011, schiebe ich immer noch ein, sonst jetzt geht es chronologisch weiter, 16-17, auch einiges Geiles dabei gewesen, auch wenn es eine zweite Gassaison war, 3-3 Last-Minute gegen Dresden, die Stimmung und alles, das war verrückt, Derbysieg war auch eine sehr geile Stimmung, dieses wir steigen auf, wir steigen ab, hat natürlich auch eine richtig geile Dramatik reingebracht, 2-0 Sieg, hat er auch früher schon, auch 2008 und zwar habe ich auch Derbysiege erlebt, es war oftmals ein 3-1 zu Hause gegen KSC, natürlich Ausstiegsspiel, 4-1 gegen Würzburg mit Platzsturm und so weiter, alle in weiß, geiles Wetter, brutal, dann Aufstiegssaison 17-18, der Akolo-Treffer gegen Köln, Last-Minute war auch brutal wichtig und brutal geil, der Heimsieg gegen BVB in derselben Saison, im selben Jahr noch, unter Wolf 2-1 Sieg, auch ein richtig schönes Ding gewesen, Relegation nehme ich auch mal mit rein, weil es war was Besonderes, mit natürlich leider einem beschissenen Ende, aber von der Saison her, die Stimmung im Himmelsspiel war irgendwie auch was ganz Besonderes, deswegen nehme ich es mit rein, 1920, dann natürlich auch speziell gewesen, nicht viele Heimspiele, dann kam ja Corona, aber deswegen nehme ich das auch hier mit rein, Bielefeld, 1-1 gegen Bielefeld, das war das letzte Spiel in der Bundesliga, in der 2. Liga generell vor Corona, war ich glaube auch Montagabendspiel, wir hatten wirklich das letzte Spiel, bevor dann eben die lange Corona-Pause war, auch in Sachen Stadion natürlich, dann wieder zurück gewesen, wieder Vollauslassung war möglich, es war glaube ich nur 35.000 drin oder sowas, aber natürlich letzter Oktober Last-Minute-Treffer durch Faria gegen Union, war extrem geil, letzte Saison natürlich auch noch ein paar weitere geile Sachen dabei gewesen, dann natürlich auch wieder, als die Vollauslassung möglich war, Gladbach war es noch nicht, da waren es noch 25.000, aber dieses 3-2 gedreht, nach dieser ewig langen Durststrecke, so viele Spiele, wo du eigentlich wirklich hättest was mitnehmen müsst, du nichts mitgenommen hast und dann dieses 3-2 gedreht, war wunderschön, Augsburg dann natürlich, es war das erste Mal, seit Corona wieder Vollauslassung möglich, es war auch ausverkauft, da ist eine kleine Choreo-Stimmung, Dresdorf 3-2 gegen direkten Konkurrenten, Wahnsinn gewesen, wo du natürlich generell sagen, es fängt hier vor allem so ab, ja, 17, 18 an, dass ich mal ein paar mehr Spiele nenne, weil einfach, ne, von 2-9, 2-8, wie gesagt, da müsste ich noch tiefer reingehen, um zu überlegen, war das Spiel wirklich so richtig krass, aber die Erinnerung ist einfach natürlich aktueller an die aktuellen Spiele und natürlich, klare Geschichte, Köln, 2-1 gegen Köln, Wataru, Endo, Klassenerhalt, das unfassbarste Heimspiel, das ich jemals erlebt habe, das wird auch lange dauern, bis sowas jemals wieder zu toppen ist, von der Stimmung her, von der Dramaturgie her, ja, legendär, Jahrhundertspiel, auch wenn es manche übertrieben finden, aber für mich ist es einfach eins, Aussatz, nochmal weiter, 2-3 Nürnberg, Florian Klein, das war damals richtig geil, das war quasi der Aufstieg damals, 16-17, 2-0 gedreht, auch hier ist eine dicke Pleite, aber es war was Besonderes, 6-0 in Augsburg verloren in der Abstiegssaison, 18-19, mit Galgenhumor und alles, das war einfach ein ganz wildes Ding, letzte Saison nehme ich auch rein, obwohl es in der Lage war, 2-1 in Hoffenheim verloren, aber die Stimmung war brutal, einfach weil es auch das Stimmungscomeback war, auch auswärts, so wie es ja mit 5.000 hin in der Arena, wo ich glaube ich 17.000, 18.000 drin waren, das war richtig, richtig fett, und natürlich auch letzte Saison, die Bayern 2-2 in München, einen Punkt geholt in München, immer was Geiles, und natürlich auch, hätte keiner erwartet, und die Steilvorlage, sonst hätte das auch nichts gebracht, dieses 2-1 gegen Köln, die Steilvorlage dafür, dass noch eine Chance drin war für den direkten Klassenerhalt, Pokal, natürlich der einzige Sieg, den ich gesehen habe, vorhin schon angesprochen, Freiburg-Halbfinale, Choreo, geile Stimmung, ins Finale kommen, so was willst du mehr, und natürlich Pokalfinale 2013, brauche ich nicht viel zu sagen, Pokalfinale zu erleben ist Wahnsinn, mal gucken, ob ich es jemals nochmal tun werde, 2-3 verloren damals, trotzdem bleibt es einmalig, und Europa League, beziehungsweise UEFA Cup war es damals, glaube ich, noch, war glaube ich die letzte Saison, bevor es dann Europa League hieß, wie gesagt, Sinister Petersburg muss dabei sein, weil es ist das Höchste, was ich international erlebt habe. Sammlung hat sich natürlich einiges angesammelt, an Trikots, Schals und so weiter, mein erstes Trikot ist hier immer im Hintergrund aktuell, habt ihr eben alle mal fotografiert gehabt fürs Q&A, also muss ich es nochmal machen, ihr habt es hier eingeblendet, die aktuellen kennt ihr ja, das Kurventrikot aus letzter Saison und eben das Heintrikot aus dieser Saison, was ich auch gerade ständig anhabe, die Schals ja auch immer wieder zu sehen im Hintergrund, die ich so am Start habe, auf den Trikots, Hilbert, Hitzesberger, Kedira, Rudi, Kusmanowitsch, Harnik, Harnik auch mit Unterschriften, es war so diese VfB-Fußballcamp, Zeit da, wo man sich vom ganzen Kader beim Training die Unterschriften mitnehmen konnte, Maxim-Trikot auch sehr schön, und natürlich das Trikot mit dem schwarzen Trauerflor, wie es manche nett nennen, oder halt einfach mit dem schwarzen Kragen, von 17, 18 war es glaube ich, und dazu natürlich auch, habe ich auch in Ansbach die Sachen stehen, den Terodde zum Beispiel von Hands of God, das Kedira-Tor, da habe ich leider kein Bild von gefunden online, ich kann mir aber nicht merken, von wo ich das geholt habe, mir fällt es nicht ein, und eben VfB-Legenden habe ich mittlerweile auch, und natürlich das Förster-Display, Und natürlich zu guter Letzt, AFM VfB gehört auch dazu, mein Kanal, zuerst Osters of M, dann AFM, dann jetzt AFM VfB, erster Upload am 22. Mai 2016, wir gehen jetzt auch schon ins sechste Jahr, schon immer VfB-Videos, vor allem auch Stadion-Vlogs am Anfang gewesen, auch schon davor, also vor meinem Kanal, Videos aus dem Stadion gemacht, hatten wir auch so eine kleine Retro-Vlog-Reihe, mit so ein paar älteren Spielen, auch Pokalfinal habe ich glaube ich ein Video dazu gemacht, weiß nicht, ob das noch online ist, sind mittlerweile über 650 Videos, die aktuell auf dem Kanal online sind, weil VfB-Travel zum Beispiel, ich glaube irgendwie auch so 60 Stück rum, und andere Geschichten, auch Copyright-Geschichten und so weiter, sind ja mittlerweile privat oder gelöscht, klare Geschichte, und wo wir es natürlich gerade hier von Stadion-Besuchen haben, Stadion-Vlogs, Riesenthema auf dem Kanal, ganz klare Geschichte, sind wir mittlerweile auch bei über 100 Stadion-Vlogs auf diesem Kanal, die online sind, komplett wild, natürlich die Livestreams, Vorberichte, Nachberichte, früher Match-Reactions, Podcasts, generell Videos en masse, auch mit Gästen und so weiter, ihr wisst ja, was hier alles so passiert, nun kurz vor den 5000 Abonnenten, also wirklich nicht mehr viel, eine sehr wilde Reise, vielen Dank an jeden, der egal wie lange dabei ist, natürlich auch an die, die schon sehr lange dabei sind, vielen Dank dafür, ganz wilde Reise, lasst mir gerne eure Reise da, mit dem VfB, in den Kommentaren, da lassen, was ihr so erlebt habt, was so eure besonderen Spiele waren und so weiter, zum Beispiel, irgendwas da lassen, zu den 129 Jahren, zum Geburtstag vom VfB, mir könnt ihr gerne ein kurzes Abo da lassen, wenn euch das gefällt, was wir auf dem Kanal machen, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.